Als ich heute mit meiner Schwester in Palermo telefoniert habe, ich habe ihr erzählt, ich spiele heute Abend mit 100 Kindern mache ich einfach zwischen 7, 8 und 15 Jahre alt so, mache ich ein Konzert mit drei Kindern. Sie hat gemein, in 100 Kindern. Und sind sie ruhig, also geht das super. Sie sind kein italienischer Kinder. Sie sind auf keinen Fall. Und jetzt machen wir ein richtig rockiges Lied, weil die Leute, die waren in Marocke, die haben wir fortemente insediate. Und dann ist es eine Lied, die geschrieben wurde. Auch dieses Lied wurde zusammen mit Konstantin Becker gesungen und mit ihm ganz, ganz oft gesungen. Der Titel ist Questa Nuova Reaktion. Der Titel ist Questa Nuova Reaktion. Da Berghino fumerò Aspera! So amache und Se so schienes, Se so schienes, Se so schienes, Orte schienes, Mardere, Schulte, Mardere, Schulte, Mardere, Schulte, Mardere, Schulte, E prendiamoci Ritorni alle Sera E ci potere Lascia fare Tutti il cuore, Lascia fare Tutti il cuore, Lascia fare Questa nuova realtà E prendiamoci Che amato, Che ci poter aiutare Tutti il cuore, Lascia fare Tutti il cuore, Lascia fare Tutti il cuore, Lascia fare In questa Pogare realtà Das ist ein Fest, 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 das ist ein Fest,